Musik Hallo meine Freunde der Dramatische Pause Volksmusik. Herzlich Willkommen beim Vlog der Ganz World Experience. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ah, hast du schon ohne mich angefangen? Ja, ich dachte. Nja, lass uns doch erst mal das Intro machen. Okay. Jan's World. Jan's World. Moin ihr Säcke. Herzlich Willkommen beim C-Vlog der Jan's World Experience. Wie ihr schon beim Intro gemerkt habt, ist heute was speziell. Ich habe heute eine Freundin dazu geholt. Und zwar ist das die Luisa. Hey, wie geht's? Die Luisa. Ja, bei der sind wir heute zu Hause. Und viel Spaß beim Video. Vermisst du eigentlich viel in Deutschland meine ich? Ja schon, aber es sind ganz andere Sachen als ich gedacht hätte. Ja, ich freue mich auch schon wieder wie ein Schnitzel mal wieder richtiges deutsches Brot zu essen. Wollen wir, dass du weißt, du wirst aus dem letzten Video mal für Deutschland machen? Fang an. Let's go. Musik Du bist Deutscher, wenn du einen Führerschein für dein Fahrrad in der Grundschule bekommen hast. Du bist Deutscher, wenn du über Körpers um halb zehn nachdenkst. Und du bist Deutscher, wenn der Satz Friede, Freude, Eilkuchen für dich bekannt vorkommt. Das stimmt. Du bist Deutscher, wenn du bei diesem Lied We were, we were a Vivo was weiß Ovi Sing's? Es gibt so viele Chinesen hier Ja, das stimmt, aber die Deutschen sind viel hübscher Das stimmt Ich meine, wir können ja mal in den Metrotown gehen und Leute filmen In Zweifel sind wir Deutsch, wir wussten das nicht I'm sorry, I'm German. I don't understand. Wir sind jetzt hier in Metro Town und wir filmen jetzt für euch die durchaus den eher weniger beblückten Personen. Ich bin ein Star, liegt am Strand unter Palmen mit sechs Sexbesessenen in Hostessen, doch mein Wecker sagt Nein, ich will zu Bayern, bin sofort bereit, weg vom Dorfverein, Nulli Hoeneß guckt mich an und sagt Nein, ich bin 18, ich bin frei und auf einmal hör ich aus dem Badezimmer einen Nein, meine Freundin fällt mir nackt in den Schoß, ich denk Hammer, doch sie ist schwanger, was mach ich jetzt los? Perfekt, mir wird schlecht, dass ich kotzen muss, ich bin ein König und baue mir jetzt ein Schloss aus Luft, hab's doch gewusst Ich bin gekommen, um zu leiden, doch komm, um es einig zu zeigen, denn ich habe es verdient, Mami Mir wurde mein Glück gestohlen, jetzt wieder her, sonst werde ich mir ruhig, du kannst dich nicht mehr Ich habe alles verloren und du verlierst noch viel mehr Ich bin zum König, gepumpt auf Ohren Frau und Kids weg, ich komm nicht mehr in mein Haus rein, die Kreditkarte ist nicht gedeckt, denn meine Ex kauft Nein, und sie hat ne neuen Maka, mein Sohn nennt ihn Peter, meine Tochter nennt ihn Papa Nein, ich seh im Rausch, wie mein Leben kloppt, zu blau für jeden Job, zu stolz für Arbeitslosengeld Mann, ich mach Schluss und will weg, spiel russisch Roulette, doch die Kugel sagt Mein Leben geschrieben, doch es gibt Druckfehler, alles läuft beschissen, doch irgendwann muss jeder Ich bin ein gieriger Goldgräber, Schatzjäger, doch die Angst in meinem Kopf ist mein Hassgegner Die größten Fehler sind die, die man nie gemacht hat, ich bin ein König, der keinen eigenen Palast hat Musst der Welt beweisen, dass sie für mich Platz hat Fütter diesen hungrigen Bastard, ich hab es verdient, Mami Mir wurde mein Glück gestohlen, jetzt wieder her Sonst werd ich's mir hohen, du kannst dich nicht mehr Ich habe alles verloren und du verlierst noch viel mehr Und damit zurück ins Studio Oh, das war lustig Das war ein Schwares So, was können wir euch noch sagen? Socials ist vorbei Ja, das stimmt Luisa und ich hatten letztes Halbjahr gemeinsam Social Studies Aber mit dem Beginn des neuen Halbjahrs ist das leider auch vorbei Aber wir haben jetzt Dienstleistungen, das weißt du, ne? Warum das? Wir haben 4D Day Kanadische Schule, faszinierend Es gibt ja dieses Jahr auch erstmal den neuen Feiertag, den das Canadian Government eingerichtet hat Family Day Ja, die Leute haben sich irgendwie beschwert, weil so lange bis Ostern kein Feiertag mehr kommt Und deswegen gibt es den Family Day am 18. Februar Dann bleibt die Schule geschlossen Welcome in Canada So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video wieder Danke, dass du da warst, Luisa Willst du noch jemanden grüßen? Kein Problem Und ich will meine Mama, meinen Papa und alle anderen, die mich kennen grüßen Okay Ich mach mich da mal auf den Weg, sattel in meinen Grizzly Bären und fahr zurück in meinen Iglu Pass auf die Polarbeer auf Mach ich Bye Bye Auf die Blödsinn war die Lust Du hast nehmst die ganze Zeit auch? Natürlich So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder Okay, ich mach jetzt kurz durchlesen Oh, hast du schon ohne mich angefangen? Ja, ich dachte Ja, du dachtest Kann ich mir wohl Nein, schweigelassen, was seh ich denn? Herzlich willkommen beim C Sag das sieht scheiße aus, das sieht schon aus Okay, nochmal An C C-Blog, Kanada, Videoblog Wissen ist also wie dein Name Ja, hör ich das mal, ja Wollen wir, dass du, du bist, du bist, du bist, du weißt, du bist aus dem letzten Video für Deutschland machen Es gibt dieses Jahr auch einen neuen Family Day, den wir das Kanal, das Kanal, das Kanal, wir haben Poli Day Wir sahen etwas geklopft, அத nie które zhalte Ich habe, was Shane macht Einmal wir haben Eins, zwei, drei, vier Wir haben jetzt sechs Zeilen geschafft Okay